Also ich finde dieses IPE Coaching ist wirklich eine absolut tolle Geschichte für alle Kinder, aber nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene, für Eltern insbesondere, um sich einfach mal daran zu erinnern, wer ist man, was kann ich eigentlich und vor allen Dingen, was kann ich bewirken. Und mit diesem Grundgefühl, mit diesem gestärkten Grundgefühl in die Welt zu gehen, ist einfach eine ganz positive Sache und kann auch ganz viel für die Welt beitragen, dass es einfach gut wird. Okay, also mein Name ist Beatrix Hüseken, ich komme aus Delrück, das ist in der Nähe von Paderborn und ich habe dort ein Kinesi-Bück- und Lernstudio und arbeite mit Kindern, Familien und bin aufs IPE Coaching gestoßen, weil es genau das beinhaltet, was ich gesucht habe, nämlich diese ganzen tollen Tools, wo ich den Kids mithelfen kann. Also es sind wunderbare Tools, ich habe es auch schon alles ausprobiert, in Wirklichkeit. Ich habe gerade auch ein Kind gehabt, wo ich mitgearbeitet habe und sehr erfolgreich und alle sind zufrieden und glücklich und ich bin auch glücklich, weil ich einfach was an die Hand bekomme in dieser Ausbildung, wo ich wirklich was bewirken kann. Wo ich den Kindern wirklich helfen kann zu mehr Wertschätzung, zu mehr Erfolg, zu mehr Spaß und Leichtigkeit und Freude im Leben und das ist mir wichtig. Also es ist wunderbar, weil hier herrscht einfach eine nette, lockere, lustige und fröhliche Atmosphäre und dennoch ist da eine Ernsthaftigkeit hinter den Dingen, die man auch sehr spürt und ich bin gerne hier, weil ich hier ganz viele Menschen treffe mit ganz vielen Ideen und Anregungen und die Gespräche sind einfach toll und ja Daniel sowieso, wie er das vermittelt und wie er das alles rüberbringt, ist sehr, sehr kurzweilig und die Zeit geht rum wie nichts und man hat wirklich das Gefühl, man hat was gelernt. Es ist also wirklich genial. Ich finde ihn total authentisch. Ich mag es, wie er dort steht und die Dinge vermittelt, die er so in sich trägt, dass man ihm auch wirklich das glauben kann, dass es hilfreich und gut ist und dass er es eben auch anwendet und ja, ich denke einfach, dadurch wirkt das Seminar ansprechend, kurzweilig und man ist von A bis Z gefesselt. Also ich gehe frisch raus, nicht so ermüdet wie vielleicht bei vielen anderen Seminaren, vollgepackt mit irgendwelchen Dingen, von denen ich nicht verstanden habe, worum es eigentlich geht, sondern es ist unheimlich transparent, es geht Stück für Stück und wir haben wirklich die Gelegenheit, es gut zu verinnerlichen und er macht es mit ganz viel Freude und das ist einfach ganz genial. Also ich finde es schön. Mir gefällt es.